Was ist die VHS-Veranstaltung? Es ist hier auch ein schöner Platz und Sie hoffentlich haben auch einen schönen Platz zu Hause und wenn Sie Fragen haben zu den Inhalten des Vortrags, dann können Sie das gerne auch mit E-Mail schicken und ich werde mich heute redlich bemühen, die Fragen richtig und vor allem auch zeitnahe zu beantworten. Der Untertitel zu den neurologischen Erkrankungen ist Präzise Diagnosen ermöglichen präzise Behandlungen. Und jetzt kann man mit ruhigem Gewissen sagen, selbst in einer gewissen historischen Zeit, also vor 25, 30 Jahren oder eigentlich immer schon seitdem es Neurologie gegeben hat, waren wir als Neurologinnen und Neurologen eigentlich immer schon recht präzise. Das erfordert das Fach. Ich will nicht sagen, dass wir ein bisschen einen Hang zur Pedanterie haben, aber das ist zumindest vereinfachtes so manches. Auf jeden Fall die präzise Untersuchung und die präzise Gesprächsführung mit den Fragen nach den Beschwerden, nach der Art der Beschwerden, hat eigentlich immer dazu geführt, dass wir relativ genau und deswegen eben präzise sein mussten. Das war natürlich auch in Ermangelung dessen, dass wir gerne dort nachschauen wollten oder konnten, wo wir gerne wollten. Mit den Möglichkeiten, insbesondere der MRT-Technik, aber auch mit vielen anderen Errungenschaften in den letzten 25, 30 Jahren, haben sich also tatsächlich essentielle und besondere Entwicklungen in der Neurologie ergeben, die, muss man mit ruhigem Gewissen sagen, auch in Richtung personalisierter Medizin sich entwickeln. Es gibt natürlich ganz viele neurologische Erkrankungen, die diese enormen Entwicklungen davon profitieren und davon natürlich auch Sie als mögliche Patientinnen und Patienten oder jene, die eben davon betroffen sind. Ich kann in dieser Zeit jetzt nicht alle Errungenschaften der Neurologie auf diesem Gebiet Ihnen präsentieren und deswegen werde ich mich auf zwei Erkrankungen fokussieren. Das heißt, also zwei Erkrankungen, das eine ist eine sehr akute Erkrankung und das andere ist eine sehr chronische Erkrankung, um Ihnen zu zeigen, was es da für Möglichkeiten eben der Präzisionsmedizin in der Neurologie gibt. Jetzt könnten Sie sagen, was ist denn das überhaupt mit Neurologie und ich möchte Ihnen ein bisschen Unübersichtliches, aber doch dir zeigen, wo es darum geht, wie sehr sind denn Menschen von neurologisch, Klammer auf, neuropsychiatrischen Erkrankungen in Europa betroffen. Und es gibt also mittlerweile sehr gute Untersuchungen, die also nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die damit Belastung, sei es jetzt die individuelle Belastung oder auch natürlich die Belastung durch die Gesellschaft, demonstrieren. Und um nur ein Beispiel einer europäischen Untersuchung Ihnen vorzuführen, dann sieht man, dass also beispielsweise die Erkrankung aus der Gruppe der Demenzen oder jene, die mit Schlaganfall verbunden sind oder zum Beispiel Kopfschmerzen, also Erkrankungen sind, die so häufig sind, dass man insgesamt sagen muss, jeder zweite Europäer, jede zweite Europäerin wird im Laufe ihres Lebens an einer neurologischen Erkrankung erkranken oder zumindestens daran leiden, wie am Beispiel der Kopfschmerzen demonstriert. Und das wird zunehmen, einfach aus dem Grunde, weil natürlich wir Gott sei Dank aufgrund der Errungenschaften der Medizin älter werden. Das ist ja erfreulich, aber wir wollen auch, sagen wir mal, gesund älter werden und nicht krank älter werden. Und deswegen müssen wir uns auch als Neurologinnen und Neurologen und insbesondere an einer medizinischen Universität auf diese Vorgänge vorbereiten und dann auch trachten, dass wir möglichst präzise eben Diagnosen stellen, Prognosen stellen und im Idealfall nicht nur die Therapie ermöglichen, sondern im wirklichen Idealfall auch sehr viel dazu beitragen, dass es gar nicht zu dieser oder jenen Erkrankung kommt. Wie gesagt, zwei Erkrankungen möchte ich heute herausheben. Das eine ist eben der akute Schlaganfall deswegen, weil das zu den akuten neurologischen Erkrankungen gehört, wo Präzision eine ganz entscheidende Rolle spielt. Sei es in der Zeit, sprich vom Auftreten von Symptomen, die den Schlaganfall ankündigen oder betreffen und bis zu dem Zeitpunkt, wo entsprechende therapeutische Möglichkeiten, insbesondere die sogenannte Intervention, zum Trage kommen muss. Und das ist sehr stark an Zeit und damit natürlich auch an sehr präzise Schritte gebunden. Schlaganfall in Österreich. Es ist so, dass wir mittlerweile wissen und sehr genau wissen, dass es die zweithäufigste Todesursache in Österreich darstellt. Wenn man annimmt, dass das nur eine Erkrankung des höheren Lebensalters ist, so stimmt das nicht mehr ganz. Es werden auch jüngere Menschen und auch solche, die als Jünger unter 65 Jahren angesehen sind oder dieses Alter haben, können von einem Schlaganfall betroffen sein. Insgesamt ist die sogenannte Morbidität, das heißt also die durch diesen Schlaganfall entstandene körperliche oder auch sozioökonomische Belastung enorm hoch. Und Menschen haben mitunter auch eben entsprechende Behinderungen, auch wenn sie diesen Schlaganfall gut überstanden haben. Es haben sehr viele Nachfolgebeschwerden auch mit einem ursprünglichen Schlaganfall zu tun. Nicht nur Symptome, die davon überbleiben, sondern natürlich, es können auch andere Symptome auftreten, insbesondere natürlich auch sogenannte psychologische oder selbst psychiatrische Beschwerlichkeiten wie Depressionen, weil einfach Menschen schlaghaltig aus ihrem Leben herausgerissen werden, von einer Minute auf die andere. Nur damit Sie die Dimension sehen, die Kosten durch die Hospitalisierung aufgrund eines Schlaganfalls belaufen sich auf drei Milliarden Euro pro Jahr. Also das ist schon eine substanziell bedeutsame Erkrankung. Ich habe Ihnen schon erzählt, was also die Häufigkeit ist, was aber auch gleichzeitig das Ausmaß der Behinderung und was es an Rattenschwanz nicht nur der persönlichen Betroffenheit, sondern natürlich auch anderer Familienmitglieder in der Pflege, in der Betreuung, aber auch natürlich durch andere Berufsgruppen, die sich dann um, oder auch Institutionen, die sich dann um Menschen nach einem Schlaganfall kümmern müssen. Ganz wichtig ist auch, in Österreich hat man ein bisschen einen Hang zur Verniedlichung der Probleme und nicht umsonst gibt es auch beim Schlaganfall, naja, man hat also ein Schlagerl gehabt. Das kann man also definitiv, oder muss man ablehnen. Ein Schlaganfall, egal in welcher Ausprägung, selbst wenn es eine sehr leichte Ausprägung ist, ist ein Vorbote mit einem Risiko eines tatsächlich nachfolgenden, entweder erneuten oder schwereren Schlaganfalls. Es gibt dazu zahlreiche Risikofaktoren, ich glaube, das ist mittlerweile etwas, was auch bei Ihnen, Zuschauerinnen und Zuschauern, als möglicherweise nicht Betroffene schon lang angekommen ist. Es gibt bestimmte Risikofaktoren und die auch festzustellen oder zu wissen, ist natürlich von erheblicher Bedeutung, weil das nicht nur ein Ziel, auch einer vorbeugenden Therapie ist, sondern natürlich auch, wie ich eingangs gesagt habe, auch eine Möglichkeit der grundsätzlichen Vorbeugung, um eben überhaupt nicht in das Risiko oder in ein Risikengebiet eines Schlaganfalls zu kommen. In allererster Linie betrifft es lauter Risikofaktoren, die gefäßschädigend sein können. Also da ist in erster Linie sehr mechanische Faktoren, wie zum Beispiel ein erhöhter Blutdruck, aber auch Faktoren, die in der Entstehung von Gefäßveränderungen, die wiederum prädisponierend oder wegbereitend für einen Schlaganfall sind, zum Tragen kommen, also wie zum Beispiel erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes, Übergewicht, aber auch zum Beispiel Nikotinkonsum und eben geringere Bewegung und andere Vorerkrankungen, die sich natürlich mit Gefäßpathologien oder aufgrund dessen aufgetreten sind, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt. Tun Sie sich nicht verwirren lassen durch diese erstens einmal englische und zweitens sehr medizinische Darstellung der Ursache des Schlaganfalls, den Sie übrigens hier sehen können. Das ist ein MRT-Bild, wo man also diesen weißen Fleck sehr deutlich sehen kann. Das ist das Gebiet der Minderdurchblutung und die ist eben bedingt auf eine oder bedingt durch eine dieser Ursachen. Wie gesagt, die häufigste Ursache ist, wie man hier schon sehen kann, auf der linken Seite ist die sogenannte Arteriosklerose. Also das muss man sich vorstellen, wenn jemand unter Ihnen Installateur ist oder auch mit dem Wassersystem und Rohrsystem bei Ihnen zu Hause vertraut ist. Ganz einfach, wenn ein Rohr verkalkt ist, dann wird ganz einfach der Wasserfluss gestört sein oder im schlechtesten Fall sogar gestoppt sein, weil das Rohr verstopft ist. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen, wenn eben ein Blutgefäß durch erhöhten Druck, durch Ablagerungen eben eingeengt wird, dann wird der Blutfluss und in dem Fall der Blutfluss zum Gehirn gestört werden und im schlechtesten Fall wird die Durchblutung unterbunden und dann tritt eben eine Durchblutungsstörung mit einer Minderversorgung auf. Der zweite häufigste Grund sind sogenannte Embolien. Embolien, was heißt das? Das heißt, dass zum Beispiel bei Herzerkrankungen eben Materialien in die Blutgefäße abgegeben werden können und damit auch wiederum zu einer Gefäßverstopfung oder Einengung führen können. Dann gibt es also auch seltene Ursachen, auf die möchte ich gar nicht eingehen. Aber das, was uns am meisten natürlich heutzutage noch beschäftigt, sind, dass doch immerhin bei einem Viertel aller Betroffenen die Ursache zumindest zum Zeitpunkt des Schlaganfalls ungeklärt bleibt. Das erfordert natürlich, dass man eine Nachbeobachtung macht, weil sich, wie halt so oft, auch manchmal Dinge erst im Nachhinein herausstellen und dementsprechend muss man also die Spurensuche, wenn es ungeklärt ist, natürlich weitertreiben, um genau wiederum die Prophylaxe, die Verhinderung einer weiteren Durchblutungsstörung eben zu ermöglichen. Das ist nur noch einmal das Beispiel der Arteriosklerose und wie Sie sehen können, hier ist also ein Gefäß, das sich hier verzweigt und wie sich dann eben diese Ablagerungen, die natürlich auch durch den Blutdruck, eben wie der Name sagt, durch den Druck bedingt ergeben, weil man sich leicht vorstellen kann, dass das Gefäßareale sind, die besonders empfänglich sind für erhöhte Druckverhältnisse, weil sie dort eben eine Teilung dieser Gefäße ergibt. Und wenn eben dann Ablagerung im Zusammenhang mit anderen Risikofaktoren ergibt, dann sehen Sie, so wie sich hier dargestellt, diese sogenannten Plaques entwickeln und die im Vergleich zum Beispiel zu diesem Bild oder jenem Bild zu einer Einengung führen. Und andererseits kann aber auch Material, auch wiederum durch den Blutdruck, sozusagen abgerissen werden und damit natürlich in weitere kleinere Gefäßregionen hineingeschossen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, und dort am Endast eine Verstopfung und damit natürlich auch wiederum eine Minderversorgung zu verursachen. Man kann zwei wesentliche Gruppen im Rahmen des Schlaganfalls unterscheiden. Das eine ist die sogenannte, ich sage jetzt einmal den fachchinesischen Ausdruck, transitorisch ist chemische Attacke. Was heißt das? Transitorisch ist klar. Das heißt, es ist nur eine kurze Zeit anhaltend, oft nur Sekunden, oft nur wenige Minuten. Und die Definition sagt ganz klar, es muss aber innerhalb von 24 Stunden sich wieder gelöst haben, das Problem. Wie eben schon gesagt, 90 Prozent aller dieser kurzfristigen Attacken sind weniger als 10 Minuten. Und das ist genau das, was in früheren Zeiten oft als das Schlagerl ein bisschen desavouiert wurde oder auch eben als minimales Problem, und es ist eh schon wieder vorbei, angesehen wurde. Nichtsdestotrotz, erinnern Sie sich, was ich vorher gesagt habe, es gibt ein sehr hohes Risiko, wenn so etwas einmal aufgetreten ist, dass sich dann tatsächlich ein Schlaganfall daraus entwickelt, und zwar in oft einmal ein, zwei Wochen Abständen. Also das heißt, es macht einen Sinn bei entsprechenden Symptomen, und die sind hier beispielhaft aufgelistet, sofort entweder ihren Hausarzt, ihre Hausärztin, noch besser natürlich Neurologin oder Neurologin aufzusuchen, um das abklären zu lassen. Typische Symptome sind einseitige Sehstörungen, das heißt, das sind so klassische Tunnelblicke. Man fährt in einen Tunnel rein, und es bildet sich auch wieder zurück, wenn man quasi aus dem Tunnel hinausfährt. Einseitige Lähmungen, ob das jetzt ein Mundarzt ist, oder eine Lähmung eines Arms oder eines Beins. Es können auch Sprach- und Sprechstörungen auftreten, so dass man sagt, ich wollte jetzt ein Wort sagen, und das fällt mir nicht nur nicht ein, sondern ich kann es nicht aussprechen. Das ist so eine typische sogenannte Aphasie. Und es können aber auch zum Beispiel Augenbewegungsstörungen auftreten. Also wie gesagt, die transitorische Attacke heißt, dass es üblicherweise innerhalb von zehn Minuten diese Symptome wieder vergehen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann können bestimmte Regionen des Gehirns, die sind hier farblich hinterlegt, und zwar die sind deswegen unterschiedlich, weil unterschiedliche Blutgefäße unterschiedliche Regionen versorgen. Und dementsprechend, Neurologie ist ein sehr logisches Fach, wenn also ein Blutgefäß betroffen ist, das zum Beispiel dieses hintere Areal versorgt, dann können auch nur die entsprechenden neurologischen Symptome auftreten, die hier verankert sind. Also zum Beispiel, das wäre ein sogenannter Posterior, also das heißt ein hinterer Infarkt, und da gibt es oft ganz typische Sehstörungen, die wiederum nicht Doppelbilder sind, oder eben dieser Tunnelblick, sondern man sieht zum Beispiel im Gesichtsfeld die eine Seite oder jene Seite schlechter. Bei anderen Arealen, die davon betroffen sein können, gibt es ganz andere Symptome, was bedeutet, dass wir als Neurologinnen und Neurologen sehr schnell, allein schon aufgrund der Schilderung und allein schon aufgrund der Art der Beschwerden, schließen können, wo das definitiv stattfindet, das Ereignis, und auch gezielt, zum Beispiel bei einer Bildgebung, die ganz obligat ist in diesem Zustand oder in dieser Situation, die Kollegen von der Radiologie sagen, dort genau muss das Problem sein. Also die präzise örtliche Diagnostik ist ganz essentiell, weil das natürlich auch ein bisschen was mit Prognose und auch den möglichen Therapieoptionen zusammenhängt. Nun, die Therapie, Stichwort, teilt sich in drei große Gruppen. Die eine Gruppe ist die Akuttherapie, das heißt, innerhalb eines sehr kurzen Zeitfensters nach dem Auftreten von den Symptomen und der entsprechenden Diagnose, dass es sich um einen Schlaganfall handelt, muss eine sofortige Akuttherapie eingeleitet werden. Das verbessert die Prognose in jeglicher Hinsicht. Auf das kommen wir dann noch zu sprechen. Dann natürlich müssen auch Komplikationen gleich kontrolliert werden. Ich sage jetzt einmal zum Beispiel, wenn der Blutdruck auf gut Deutsch durch die Decke ist dabei, dann gehört der Blutdruck auf ein verträgliches Niveau gesenkt. Die zweite große Gruppe, wie schon bereits angesprochen, ist die sogenannte Sekundärprävention. Das heißt, die Vorbeugung, dass so etwas nicht wieder auftritt. In allererster Linie betrifft es eben die Kontrolle der Risikofaktoren oder, wenn es sein muss, auch zum Beispiel eine Operation. Wenn man sieht, dass ein Blutgefäß chronisch eingeengt ist, dann muss möglicherweise eine gefäßchirurgische Operation erfolgen, um den Durchfluss durch das Gefäß zu gewährleisten. Und dann natürlich, insbesondere nach der Akuttherapie, ist auch die Regel eine Rehabilitation, sei es im stationären oder sei es im ambulanten Setting. Das Mantra ist, Schlaganfall ist ein Notfall. Und es ist also mittlerweile schon eine gängige Phrase, Time is brain. Das heißt, je länger die Zeit vergeht, wo eine Durchblutungsstörung ist und wo es zu einem Gewebeschaden kommt, desto mehr ist die Funktion dieses Areals so eingeschränkt oder geschädigt, dass eine Wiederkehr der Funktion zunehmend verunmöglicht wird. Das heißt, Menschen haben dann nach einem Schlaganfall auch entsprechende Behinderungen. Deswegen ist der Zeitfaktor, Time is brain, das Entscheidende, um möglichst schnell zu reagieren, möglichst schnell zu einer Diagnose und möglichst schnell zu einer adäquaten Therapie zu kommen. Das ist hier ein bisschen die Rettungskette dargestellt. Das heißt, normalerweise sollte man eben, wenn man von solchen Symptomen betroffen ist, möglichst schnell den Rettungsruf betätigen, die Symptome schildern. Das Rettungswesen in Österreich, auch in Wien natürlich ganz besonders, ist bereits sehr gut darauf eingestellt, dass wenn es sich um Symptome eines Schlaganfalls handelt, die sofort eine sozusagen Kaskade ablaufen lassen, welche Maßnahmen zu treffen sind. Das heißt, es wird mit Notarzt sofort auch eine Abholung des oder der Patientin durchgeführt. Es wird gleichzeitig das Schlaganfallzentrum vor Ort, in Wien gibt es ja mehrere, in anderen Gegenden in Österreich, ich werde auf das noch kommen, ist das natürlich ein bisschen entfernt, aber alles innerhalb einer halben Stunde Erreichbarkeit, wird dieses Schlaganfallzentrum informiert und dann sofort mit Erreichen eben des Krankenhauses, wo eben diese Schlaganfalleinheit besteht, läuft die Maschinerie der Diagnose ab. Also das geht von Blutabnahme sofort in die Computertomographie um eben sofort auch eine geeignete Therapie einzuleiten. Also das ist die Rettungskette und so sollte das ablaufen. Hier noch einmal eine kurze grafische Darstellung, was der Zeitfaktor ausmacht. Und Sie sehen, was also hier an vielen, vielen Studien gezeigt wurde, je schneller die Akuttherapie eingeleitet wird, und zwar schneller heißt innerhalb von drei Stunden nach Auftreten der Symptome, desto besser ist der Outcome und damit die Prognose und damit auch geringer das Risiko, dass eine bleibende Schädigung und Behinderung das Resultat dieses Schlaganfalls ist. Und das passiert in allererster Linie mit der sogenannten Thrombolyse. Was heißt das? Lüse heißt auflösen und Thrombus ist genau dieser Stopfen, diese Verdichtung vom Material, die eben zu einer Gefäßverstopfung führt. Und das soll durch diese Therapie, die üblicherweise intravenös gegeben wird, aufgelöst werden. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Hier sieht man also eben ein CT des Gehirns. Und was man sehen kann, ist nicht viel, sondern ganz, ganz leicht nur ein weißes Pünktchen. Und dieses weiße Pünktchen sagt uns, dass hier ein Gefäß verschlossen ist. Das kann man auch sehen in so einer Art Stoffwechseluntersuchung. Hier geht es also um den Nachweis, wie viel Sauerstoff in einem bestimmten Areal des Gehirns gerade am Umsatz ist. Und je weniger, desto eher natürlich die Durchblutungsstörung. Durchblutungsstörung. Und Sie sehen hier, genau an dieser Stelle sieht man ein doch deutliches schon Minderdurchblutungsareal. Und in einer Blutgefäßdarstellung, das Rote sind die Blutgefäße, sieht man genau hier korrespondieren, dass das hier fehlt. Also dieses Blutgefäß ist zu. Und deswegen muss als nächste Aktion dieses Blutgefäß wieder eröffnet werden. Und dass das gelingt, kann man wiederum an den korrespondierenden Bildern dieses eines und selben Patienten sehen. Man sieht hier wieder, die Durchblutung ist gewährleistet. Sie sehen, der Stoffwechsel ist wieder normalisiert. Und die Blutgefäße sind auf beiden Seiten schön darstellbar. Also da ist alles das gelungen, was man sich vornimmt, um jemanden von diesem akuten Schlaganfall und dem Risiko einer weiteren Behinderung zu befreien. Was gibt es dann noch für andere Techniken? Man kann auch entsprechend, wie es halt so ist, eine Art Rohrputzer hernehmen, wenn es in einem großen Blutgefäß, insbesondere hier an den Halsgefäßen, manchmal auch hier in den Nackengefäßen. Wenn man da sieht, dass da eine Verstopfung ist, kann man auch versuchen, das herauszuziehen. Oder wenn eine besondere Vereinigung ist, dass man so eine Art Hülse einschiebt, die sozusagen die Weite des Gefäßes weiterhin sicherstellt. Und das nennt man die sogenannte endovaskuläre Therapie. Da gibt es in Wien beispielsweise drei Zentren, die das durchführen. Und das sind in allererster Linie Kolleginnen und Kollegen von der sogenannten interventionellen Radiologie. Also das machen nicht wir als Neurologinnen und Neurologen, sondern das machen Radiologen, weil es eine recht komplizierte Angelegenheit ist. Aber vom Prinzip ist es so, dass üblicherweise von der Leiste ein Katheter eingeschoben wird, ähnlich wie bei Herz-Katheter-Untersuchungen, bis an die Stelle vorgeschoben wird, wo die Einengung oder der Verschluss des Gefäßes ist. Und dann wird dieses eben eröffnet, indem man entweder diesen Zapfen, der den Verschluss ausmacht, herauszieht, oder eben die Weite des Gefäßes durch diese innere Hülle oder Hülse sicherstellt. Also das sieht man hier schematisch. Wie schaut das in der Wirklichkeit aus? Sie kennen das jetzt mittlerweile schon. Man sieht hier einen Abbruch eines Gefäßes. Auch hier wieder die Minderdurchblutung. Und gleichzeitig aber auch den Erfolg, nämlich, dass das Gefäß eröffnet ist. Es gibt keinen tatsächlichen Schlaganfall. Und die Ursache war dieses Drum, muss man wirklich sagen, dieses Drum an einem Stopfen, der das Blutgefäß eben verstopft hat. Und das entsprechend von den Kollegen der Interventionellen Radiologie mit diesem Katheter herausgezogen wurde. Kommen wir, also wenn das geglückt ist, kommen wir zu der sogenannten Sekundärprävention. Da tut man blutgerinnungshemmende Faktoren einsetzen, beispielsweise Aspirin oder auch andere Weiterentwicklungen, um eben diese Verstopfung der Blutgefäße zu verhindern. Es werden Medikamente eingesetzt, die eben die Blutfette senken sollen, insbesondere das Cholesterin, Blutdruckbehandlung. Also das sind die klassischen medikamentösen Therapien. Und ich habe schon einmal kurz erwähnt, es kann auch sein, dass eine gefäßchirurgische Operation erfolgen muss, wenn man sieht, dass da eine chronische Verschlusssituation ist. Das macht man nicht unbedingt im Akutfall, ein, zwei, drei Tage später, um dieses Gefäß zu erweitern oder zu überbrücken, diese Engstelle, um wieder den guten Blutfluss zu ermöglichen. Nun, ein Beispiel, wie die optimale Versorgung abzulaufen hat oder auch in diesem Fall dieses 68-jährigen Patienten abgelaufen ist. Das heißt, das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ungeachtet dessen gilt es heute auch noch. Dreiviertel, vier Beginn der Beschwerden. Fünf Minuten später war der Notruf eingelangt. 25 Minuten später war eben das Notarztteam vor Ort, hat den Patienten eingepackt, hat ihn in einen Hubschrauber gelegt und ist mit dem Hubschrauber in Richtung Klinik geflogen. 45 Minuten später ist bereits der Helikopter im Klinikum eingetroffen. Der Patient ist dann tatsächlich innerhalb von etwas mehr einer Stunde in die neurologische Notaufnahme gekommen und dann ist alles das abgelaufen, was ich Ihnen vorher geschildert habe, mit dem Endeffekt, dass knapp zwei Stunden nach dem Auftreten der Symptome zu Hause vor Ort bis zur richtigen Therapie, eben dieser Thrombolyse, ein Zeitfenster eingehalten wurde, das nahezu als perfekt zu bezeichnen ist. Und dieser Patient hat auch einen komplett positiven Ausgang seines Schlaganfalls gehabt, sprich, er hat überhaupt keine Beschwerden davon getragen. Nun, wie viele Stroke-Units oder Schlaganfalleinheiten gibt es in Österreich? Flächendeckend. Es gibt also ganz klar die Vorsorge-Strukturentwicklung über die letzten 20 Jahre, dass also eine Erreichbarkeit einer Schlaganfalleinheit, egal wo Sie hier da zu Hause sind, innerhalb von 90 Minuten, um dieses Zeitfenster sicherzustellen, innerhalb von 90 Minuten erreichen können. In der Regel ist es unter 60 Minuten, weil die tatsächliche Entwicklung der Schlaganfalleinheiten wesentlich dichter ist, als zumindest dieser Grenzwert aussagen würde. Wie schaut das jetzt, wenn man das im Vergleich zur europäischen Situation oder der europäischen, also der EU-Mitgliedsländer anschaut, dann sieht man, das ist die Zahl der Patientinnen und Patienten, die an einer Schlaganfalleinheit behandelt werden, was sozusagen im Englischen heißt best of care, das heißt die optimale Versorgung dadurch gewährleistet ist. Da sehen Sie, dass in Österreich doch 66, fast 70 Prozent aller Schlaganfallpatientinnen an einer neurologischen Schlaganfalleinheit behandelt werden. 66 Prozent ist gut, aber da ist ein bisschen Luft nach oben hin noch. Und dementsprechend gibt es auch einen sogenannten Aktionsplan, der nicht nur für Europa, sondern natürlich auch speziell für uns gilt hier in Österreich, der sagt, das Ziel für 2030 ist, dass wir insgesamt durch präventive Maßnahmen, durch Vorsorge, durch Aufklärung, die Zahl der Schlaganfälle durch Minderung der Risikofaktoren beispielsweise um 10 Prozent verringern wollen und gleichzeitig aber diejenigen, die einen Schlaganfall erleiden, nahezu an fast alle in Schlaganfalleinheiten behandeln wollen. Das ist das Ziel und an dem wird auch gearbeitet, nicht nur an den Kliniken, sondern beispielsweise auch durch die österreichische Gesellschaft für Neurologie, die ja sozusagen die standespolitische Vertretung der Neurologie in Österreich ist und die auch ein Interesse im Sinne ihrer Mitglieder hat, dass diese optimale Versorgungsstruktur auch in Österreich umgesetzt wird. Nun, das war das Thema Schlaganfall. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Erkrankungsgruppe, die nicht zu den akuten neurologischen Erkrankungen, sondern im Gegenteil zu den sehr typischen chronischen Erkrankungen gehört, und zwar die sogenannte Alzheimer-Demenz. Der Name leitet sich von diesem Herrn ab, Alois Alzheimer, der die insbesondere pathologischen, typischen Merkmale einer Demenz, das sieht man hier an diesem histologischen Bild, das heißt, im Grunde genommen ist es eine Art verstärkte Alterungserscheinung oder Ablagerung von Alterserscheinungen unseres Gehirns. Wir können sagen, was wir wollen, Alterungsprozesse fangen mit 20 an, und wenn wir natürlich 70, 80 plus sind, dann wird auch das eine oder andere Merkmal einer Alterung geben, so auch in unserem Gehirn. Wenn aber diese Ablagerungen, die altersbedingt in allererster Linie sind, ein bestimmtes Maß überschreiten, dann kann es eben zu dieser Demenz kommen, und Demenz heißt im Grunde genommen, dass aufgrund dieser Ablagerungsprozesse es zu einer Schrumpfung des Gehirns kommt, und Sie sehen hier ein Beispiel, und das sieht man mit freiem Auge, dass hier offensichtlich eine Minderung des Gewebes stattgefunden hat. Nun, ganz wichtig ist es, sich vor Augen zu führen, was denn die Kriterien einer Demenz sind. Nicht jeder, der die Telefonnummer des besten Freundes oder der besten Freundin nicht mehr weiß, muss sich fürchten, an Demenz zu erkranken, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir uns ja nicht mehr Telefonnummern merken, sondern unser iPhone oder unser Android merkt sich unsere Telefonnummern, also das ist nicht mehr ein wirkliches Kriterium, aber es gibt ganz klare sozusagen Charakteristika, aber auch Kriterien, wann man von einer Demenz spricht. In erster Linie müssen sogenannte Kognitive, das heißt also die Leistung unseres Gehirns, das bezeichnet man als Kognition, müssen beeinträchtigt sein und aus dem und oder kommen verhaltensbezogene Symptome. Das heißt beispielsweise, das Funktionieren von Alltagsaktivitäten ist nicht mehr das, was man von früher kannte und das kann dann Zustände erreichen, wo man zum Beispiel auch vergisst, dass der Gasherd abzudrehen ist, wenn man aus der Wohnung geht oder wenn man sein Abendessen fertig gekocht hat. Es muss eine Verschlechterung zu einem früheren Zustand natürlich darstellen. Es darf keine psychiatrische oder psychische Erkrankung sein, weil es kann auch zum Beispiel, wie wir uns leicht vorstellen können, wenn wir in einem schlechten Gemütszustand sind, weil irgendein Ereignis eingetreten ist, das uns betroffen macht, dass wir dann schlecht motiviert sind, dass unsere kognitiven Fähigkeiten etwas auf Sparfarbe laufen und dass wir zu gar nichts motiviert sind und möglicherweise auch in dem Zusammenhang Dinge nicht mehr so gut erinnern oder auch vielleicht erinnern wollen. Das hat auf jeden Fall nichts mit einer Demenz zu tun. Dann, es müssen diese kognitiven Störungen entweder einem selber auffallen, sagen, irgendwas passiert da oder ist anders als vor zwei Jahren oder auch durch mein unmittelbares soziales Umfeld. Also wenn meine Frau sagt, du hast jetzt schon zum 27. Mal im letzten halben Jahr deinen Schlüssel verloren, dann wäre es auch gut, wenn ich das sozusagen irgendwie mitbekäme oder zumindest meine Frau mich an der Hand nimmt und zu einem Neurologen oder einer Neurologin geht, um eine mögliche Demenz abzuklären. Und es müssen zumindest zwei der folgenden Bereiche, insbesondere aus diesen kognitiven Bereichen, also das heißt, unsere Gehirnleistungen betroffen sein. Entweder Gedächtnis, das ist das, was alle annehmen, beinahe Demenz, aber es geht auch um Durchführung komplexer Tätigkeiten, es geht auch um sozusagen visuelle Fähigkeiten, wie tue ich mich in einem Raum zurechtfinden, muss ich mich sehr konzentrieren, um eine Schräge zu gehen, muss ich mich sehr konzentrieren, wann es dämmerig ist oder wenn ich mich gar nicht auskenne, tue ich vielleicht auch nicht mehr genau wissen, wie ich von A nach B komme, also das sind sozusagen auch räumliche visuelle Funktionen, Sprachfunktionen können ändern, aber eben nicht akut, wie beispielsweise beim Schlaganfall zuvor, sondern eben, dass sich das so peu a peu über Monate oder länger entwickelt. Und eben, wie gesagt, die Verhaltensveränderungen, die meistens anders geknüpft sind. eine wahrscheinliche Demenz ist, wenn diese Kriterien erfüllt sind, wenn sich diese Symptome über Monate bis Jahre, also definitiv nicht von heute auf morgen oder innerhalb einer Woche, sondern über Monate bis Jahre entwickeln, wenn es eine eindeutige Verschlechterung, entweder durch uns selber wahrgenommen oder eben durch unser familiäres Umfeld wahrgenommen eingetreten sind und wenn erste und deutliche Symptome sind und das ist die häufigste tatsächlich, die mit der Gedächtnisstörung und zwar interessanterweise und auch charakteristischerweise eher das Kurzzeitgedächtnis betreffend und nicht das Langzeit. Also oft Menschen, die tatsächlich ausgeprägte Gedächtnisstörungen haben, können sich an ihre Kindheitslieder, an Aufsagen von Gedichten aus der Schule ganz gut erinnern, aber wenn man einen erzählt, was war im Gespräch gestern oder mit wem haben sie telefoniert oder was war im Fernsehen, sie sich dessen nicht erinnern können. Und dann gibt es eine sogenannte nicht das Gedächtnis betreffende Variante und das sind alle andere. Nun, es gibt einen Punkt und warum ich das jetzt speziell erwähne, ist, weil sich alles konzentriert darauf, sozusagen möglichst frühzeitig ein Risiko einer Demenz und auch im speziellen einer Alzheimer Demenz festzustellen, einfach um sozusagen auch vorbeugende Maßnahmen, vielleicht auch die Therapien möglichst früh einzusetzen und zwar einfach aus dem Grund, man muss einfach sagen, wenn einmal ein bestimmter Grad an einer Beeinträchtigung erreicht ist, dann ist das Rad der Zeit nicht zurückzudrehen. Das heißt, es hat dann der Schaden, diese Ablagerungen, die ich Ihnen vorgezeigt habe, einen solchen Ausmaß angenommen, dass das nicht mehr reversibel ist. Deswegen muss man es möglichst früh erkennen, wie wohl auch man dazu sagen muss, mit allen Einschränkungen, weil eben, wie gesagt, je früher man das diagnostiziert, desto früher kann es auch passieren, dass man jemanden stigmatisiert und sagt, naja, Sie sind wahrscheinlich in 20 Jahren an einer Demenz erkrankt, also das ist nicht unbedingt beruhigend. Also man muss sicher sein, dass diese Diagnose beispielsweise einer milden kognitiven Beeinträchtigung, also eines milden Gedächtnisproblems oder einer milden Gehirnleistungsfunktion, dass das wirklich prädiktiv ist für eine zukünftige Entwicklung einer Demenz oder ob das, ich muss mal sagen, dem natürlichen Alterungsprozess irgendwie geschuldet ist. Also tatsächlich ist es so, dass die Sorge um diese Verschlechterung von Patientinnen eben empfunden oder auch berichtet wird. Es muss eben objektiv Leistungseinschränkungen geben, das macht man beispielsweise mit sogenannten neuropsychologischen Untersuchungen, das ist nichts Gefährliches, sondern da ist man einem gewissen Leistungstest unserer Gehirnleistungen untersetzt oder ausgesetzt und wird also üblicherweise von sehr netten neuropsychologischen Neuropsychologen getestet in einer möglichst stressfeinen Situation, um eben das subjektive Empfinden von dem tatsächlich Objektiven zu trennen. Es muss definitiv die Unabhängigkeit im Alltagsleben erhalten, also diese Verhaltensveränderungen, die ich vorhin erwähnt habe, sind hier definitiv ausgeschlossen und natürlich es darf noch keine Demenz vorliegen und alle anderen Ursachen wie immer in einer Diagnose müssen ausgeschlossen sein, sonst ist man definitiv am falschen Dampfer. Nun, was zur Therapie dieser Demenz. Grundsätzlich muss man heutzutage noch feststellen, bedauerlicherweise feststellen, dass es keine Therapie gibt, die kausal wirksam, also das heißt, die am Grundübel der Entstehung tatsächlich ansetzt. Das heißt, man kann eine leichte oder mittelgradige mit verschiedenen, sage ich zum Beispiel, symptomatischen Therapien, entweder medikamentös oder auch nicht medikamentös, wie zum Beispiel neuropsychologisches Training, sehr wohl stabilisieren oder sogar verbessern, aber wenn jemand, ein Betroffener in eine schwere Demenz bereits übergetreten ist oder am sozusagen Übertritt ist, dann ist es mit der Therapie sowohl der medikamentösen als auch der nicht medikamentösen äußerst schwierig und da sind wir genau dort, wo ich wieder, was ich vorher erwähnt habe, man kann das Rad nicht zurückdrehen. Das, was passiert ist, ist dann nicht mehr reversibel. Umso mehr muss man eben möglichst früh die richtige Diagnose in diesem Zusammenhang stellen. Nun, jetzt kommt etwas recht Wissenschaftliches, erschrecken Sie nicht, aber Sie erinnern sich, diese Ablagerungen, die ich erwähnt habe, sind insbesondere sogenannte Amyloid-Ablagerungen. Das ist ein bestimmtes Eiweiß, das sich eben im Gehirn ablagert, das sieht man hier, und das ganz charakteristisch ist für eben die Alzheimer-Demenz. Also, die logische, therapeutische, zumindest einmal theoretische Ansatz ist der, dass man die Bildung dieses Protein- Zusammenrottung, dass es dann eben sich so zu einem Klumpen entwickelt, dass man versucht, die zu verhindern. Also, das heißt, diesen Ablagerungs-, vielleicht auch Alterungsprozess eben zu minimieren. Also, man versucht über verschiedenste Wege, und Sie sehen, da gibt es also mehrere Wege, die hier illustriert sind, um eben da medikamentös anzusetzen und um das zu verhindern. Man kann auch versuchen, eine sogenannte Immunantwort hier zu unterbinden, und zwar einfach deswegen, egal was in unserem Gehirn, so auch natürlich in jedem anderen Organ, aber auch insbesondere in unserem Gehirn, weil es ein bisschen ein abgeschottetes Organ ist, egal was dort passiert, wird eine Immunantwort, Klammer auf, unter Anführungszeichen Entzündungsreaktion verursacht, und die wiederum kann dazu beitragen, dass der ganze Prozess weitergetragen wird. Also, auch ein Ansatz ist, diese immunologische, Klammer auf, entzündliche, warum sage ich Klammer auf, weil es nichts mit Infektion zu tun hat, sondern es hat eben mit einer, sage ich jetzt einmal, körpereigenen Immunreaktion zu tun, dass man die blockiert, um das Weitere zu verhindern. Und das ist eben das, was ich gesagt habe, diese Bildung. So, nun, wie schaut das aus? Erschrecken Sie nicht, aber das ist die Liste aller Medikamente, die in sozusagen klinischen Studien untersucht werden, um sozusagen die Alzheimer-Erkrankung nicht in ihrem Ausbruch, aber in ihrem Schweregrad zu erleichtern. Da gibt es ganz verschiedenste Ansätze und die vielversprechendsten, die sich hier, und das Alpha-Beta heißt wieder dieses Amyloid, also dieses Eiweißverklumpung, die dann in verschiedensten Gehirnenabteilen abgelagert werden und eben dann diese Probleme Verursachen einer Demenz, dass hier die vielversprechendsten hier mit Pfeilen angezeichnet sind und die sind tatsächlich die, wo wir berechtigte Hoffnungen setzen, dass die tatsächlich auch in den klinischen Alltag kommen. Das ist nicht ganz so simpel, weil das durchlauft einmal sehr lange Prozesse, aber wenn man schon einmal in einer Phase-3-Studie in einer sogenannten angekommen ist, dann ist zumindest der Schritt für eine Zulassung und damit natürlich auch eine Zurverfügungstellung Gott sei Dank nicht mehr ein so großer, vorausgesetzt, dass natürlich auch entsprechend gute Ergebnisse damit erzielt werden. Das heißt, die Herausforderungen, die wir aber mit diesem weiten Erkrankungsbild Demenz haben, ist, die Balance zu finden zwischen erfolgreichem Altern, dem sind wir alle ausgesetzt, ab wann ist es nicht mehr nur noch Altern, sondern ist schon eben, wie vorhin erwähnt, diesen Begriff, ein mildes Gedächtnisproblem als Vorstufe zu einer Demenz. Wie kann man das sozusagen gegenüber dem subjektiven Empfinden, ich bin irgendwie nicht mehr so geistig fit wie früher, wie kann man das voneinander trennen, ohne auf der einen Seite, wie schon erwähnt, Stigmatisierung durch oder Ängste zu schüren oder auf der anderen Seite natürlich frühzeitig entsprechende Maßnahmen, vorbeugende oder auch, wenn es eben, wie gesagt, therapeutische Medikamentöse geben sollte, auch hier einzusetzen, um letztlich das zu verhindern. Das sind also die Herausforderungen. Wie kommt jetzt diese Präzisionsmedizin, der Neurologie hier ins Spiel? Naja, auf der einen Seite, es gibt, wie bei allen Erkrankungen der Neurologie, auch eine bestimmte Gruppe, die eine sehr starke genetische Disposition haben. Das heißt, unter bestimmten Bedingungen, wobei man noch einmal betonen muss, das sind sehr seltene, rare Situationen, wo man eine bestimmte Genveränderung untersuchen kann, insbesondere bei familiären Häufungen, um dann möglicherweise in Zukunft auch entsprechende gentherapeutische Ansätze zu wählen. Das andere ist die sogenannte Biomarkerforschung jenseits der Genetik. Das heißt, gibt es Marker des Körpers, Marker, die zum Beispiel Ausdruck eines Abbauprozesses im Gehirn sind, Marker, die zum Beispiel auch eine verstärkte Bildung von diesem Eiweiß, Amyloid Beta, wie ich es genannt habe, hinweisend ist und das zu einem frühzeitigen oder möglichst frühen Zeitpunkt, um eben diese Stufe, die ich Ihnen vorgezeigt habe, möglichst früh zum richtigen Zeitpunkt einschätzen zu können. Also das heißt, das sind die Herausforderungen an die Präzisionsmedizin der Neurologie in Bezug auf demenzielle Erkrankungen. Und dass das auch tatsächlich schon noch nicht zum allerbesten, aber zumindest schon am richtigen Pfad sich befindet, möchte ich Ihnen in den nächsten paar Folien dann noch zeigen. Und zwar, es geht darum, es nicht nur diese Erkrankung aufgrund der klinischen Symptome, also ich habe es Ihnen gezeigt, Leistungsstörungen des Gehirns, Verhaltensveränderungen zu beschreiben oder zu definieren, sondern auch über sogenannte biologische Faktoren. Und da kommen dann die sogenannten Biomarker ins Spiel. Die Biomarker haben natürlich sehr viel damit zu tun mit den Prozessen, die letztlich krankheitsverursachend sind, also zum Beispiel eben mit diesem Amyloid. Es gibt ein zweites Protein, das nennt sich Tau, das hat jetzt nichts, die Älteren darf ich jetzt nicht sagen, die, die längere Erfahrungen haben, können sich an Pantau vielleicht noch erinnern, das hat aber mit dem nichts zu tun, sondern das ist ein anderes Protein, ähnlich wie das Amyloid, das durch Abbauprozesse sich sozusagen verdichten, verklumpen und ablagern kann und dann eben Ausdruck der Neurodegeneration, also das heißt zum Beispiel eben wie das Bild ganz am Anfang, Schrumpfungsprozesse, Volumensveränderungen des Gehirns durch beispielsweise bildgebende Verfahren wie dem MRT nachweisbar sind. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann kommt man auf einen sogenannten Index, wenn man möchte, der einem Hinweise gibt, erstens einmal besteht eine Demenz und zweitens in welche Richtungen geht es. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, 67-jährige Person, Person deswegen, weil es kein Patient ist, es ist ein völlig gesunder Mensch, der hat ein sogenanntes Amyloid-PET. PET ist eine Positon-Emissions- Tomografie, das heißt, das ist ein spezielles bildgebende Verfahren, wo eben Stoffwechselveränderungen im Gehirn festgestellt sind. Sie erinnern sich ein bisschen an den Schlaganfall, es war zwar jetzt kein PET, aber es geht auch um den Stoffwechsel des Gehirns. Und was man aber hier feststellen kann, sind Ablagerungen des Amyloids. Das heißt, da kann man tatsächlich im Real Life, das heißt, wenn ich mich jetzt da drin lege, schauen, wie viel Amyloid habe ich. Das nutzt aber noch nicht sehr viel, weil, wenn zum Beispiel die anderen Untersuchungen wie hier dasselbe, kann man auch mit diesem anderen Protein machen, Tau, völlig normal ist und das MRT auch keine Hinweise gibt, dass da irgendwelche Einschränkungen sind, dann hat diese Person weder eine Demenz, aber vielleicht ein gewisses Risiko. Nur, das ist etwas, was wir eher noch mit einem großen Fragezeichen versehen, weil sonst könnte man jeden einladen, über 65 stecken sie sich in dieses Gerät und wird testen für Amyloid und wenn es ein bisschen zu viel ist als üblicherweise, dann haben sie möglicherweise präklinischen Alzheimer. So ist es nicht. Das heißt, wir nützen das jetzt, um in der Differenzialdiagnose tätig zu sein, um den Ausschluss gegenüber anderen Erkrankungen. Aber es könnte der richtige Weg in der Zukunft sein. Ein anderes Beispiel, 75-Jähriger tatsächlich jetzt Patient, weil dieser Patient eben bereits eine Demenz hat. Das heißt, wenn man sich jetzt anschaut, Amyloid, Sie sehen ganz viel von diesen roten Ablagerungen. Das ganze Gehirn ist vollgepackt von diesen Aggregaten, von diesen Verklumpungen. Dasselbe gilt auch für das Tau, wie Sie hier sehen. Und was man sehr gut auch hier sehen kann, im konventionellen MRT sieht man auch eine Schrumpfung. Das heißt, Neurodegeneration hat da stattgefunden. Also diese drei Dinge führen zu dreimal plus in diesem Index und damit ist also die Diagnose Alzheimer-Demenz zusammen auch mit den klinischen und den Verhaltensveränderungen gesichert. Und schließlich eine Patientin 90 Jahre mit einer schweren Demenz und da sieht man auch hier diese roten massiven Ablagerungen, aber komischerweise in diesem sogenannten Taub-Pad sieht man nichts Besonderes, während hingegen auch hier wieder deutliche Zeichen der Neurodegeneration hat. Also diese Patientin hat keine Alzheimer-Demenz, sondern möglicherweise eine Mischung. Man kann auch, wenn man sehr viele Durchblutungsstörungen hat, beispielsweise auch diese Ablagerungen haben oder diese Veränderungen. Nun, was gibt es für Zukunftsaussichten und da muss man ein bisschen auch was zeigen, was ein bisschen sozusagen modern ist oder jenseits dessen, was wir schon benutzen. Und was man machen muss, man möchte mit bildgebenden Verfahren die Oberflächenstruktur des Gehirns nicht nur vermessen, sondern auch das Volumen messen, um also auch auf kleine Schwankungen, die ja dann vielleicht in die richtige diagnostische Richtung gehen, zu messen. Und wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Also man kann dann von der Oberfläche des Gehirns, wo das Gehirn sozusagen kartografiert wird, mit diesen MRT-Methoden bis ins kleinste Detail bestimmter Areale hineingehen. Und Sie sehen, was da für Vergrößerungen und zwar das ist jetzt nicht nur ein Modell, sondern das kann man am Menschen auch natürlich mit nicht unerheblichem Aufwand betreiben. Und dann kann man alle die Relevanten, wo man weiß, dass das bestimmten Symptomen entspricht oder Leistungen entspricht, sozusagen auch färbig darstellen und vergleichen, das wäre zum Beispiel ein Patient mit einer Alzheimer-Demenz versus eines Patienten oder eigentlich eines Probanden, eines gesunden Menschen. Und da sieht man schon mit freiem Auge, wenn man zum Beispiel dieses grüne Areal hernimmt, das ist viel dünner als hier. Also man kann auch nicht nur das Gesamtgehirn, sondern bestimmte Areale, die für bestimmte Funktionen zuständig sind, sehr genau untersuchen, um dann auch wiederum das Ziel, die Ambition zu haben, möglichst frühzeitig Veränderungen zu entdecken. Es gibt auch andere, zum Beispiel eine bestimmte Region, auch hier, da sehen Sie, das ist wieder der Proband, also jemand, der gesund ist. Dieses Volumen ist sozusagen deutlich mehr als dieses Volumen und das ist auch allein von dieser, da ist noch überhaupt kein anderer Test gemacht worden, hinweisend für eine mögliche Demenz. Also das ist noch nicht ganz für Routinezwecke komplett entwickelt, aber das ist der Weg, auf dem wir uns befinden und wo wir in den nächsten Jahren sicherlich auch verstärkt in der Routine hinkommen werden. Alles zusammengefasst, was ich Ihnen jetzt dargestellt habe, zu dieser Biomarker-Forschung oder zum Teil auch schon ein bisschen Einsatz, sei es jetzt mit Biomarkern wie diesem Amyloid oder Tauprotein oder auch mit verschiedenen bildgebenden Verfahren, gleichzeitig auch verbunden mit den klinischen, neuropsychologischen Verfahren, möchte man sozusagen alle diejenigen, die natürlich eine sehr frühe Entwicklung einer zum Beispiel kognitiven Leistungsstörung haben, feststellen und das möglichst natürlich zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt keine klinischen Symptome noch bestehen. Ein anderer Punkt, den ich noch ganz am Schluss Ihnen in diesem Zusammenhang sagen will, es ist nicht ganz so wie beim Schlaganfall, aber es ist tatsächlich so, dass es auch für die Alzheimer-Demenz eine gewissen Risikofaktoren gibt, ob jetzt zum Beispiel Durchblutungsstörungen, habe ich vorher kurz erwähnt, dass wenn viele Durchblutungsstörungen bestehen, das auch zu einer Form einer Demenz, wenn nicht Alzheimer, aber am Ende des Tages ist es dann egal, ob jemand von einer Alzheimer oder einer vaskulären, also durch gefäßbedingte Demenz leidet, weil das Problem für den betroffenen Menschen völlig das gleiche ist. Es gibt aber auch andere, was zum Beispiel auch die Fitness, nicht nur die körperliche Fitness, auch die geistige Fitness und man hat also immer wieder gehört, das wird nicht nur daran liegen, wie viele Sudokus man am Tag löst, sondern es wird was hören mit Lifelong Learning und das ist nicht nur ein blöder Spruch aus unserer Schulzeit, dass das Leben aus Lernen bestellt oder auch von allen möglichen Anbietern irgendwelche Kurse, aber tatsächlich ist es so, das Gehirn ist ähnlich wie ein Muskel permanent zu trainieren. Wenn wir aufhören zu trainieren, wird unser Muskel schlapp werden und da gibt es ganz viele Varianten, sei es Übersport, weil das ja viel Koordination bedeutet, Tanzen zum Beispiel ist auch immer wieder in letzter Zeit genannt worden und ist eine enorme kognitive Leistungsherausforderung aus verschiedensten Gründen. Also das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, frühzeitig, nicht dann, wenn die ersten Beschwerden auftreten, sondern frühzeitig mit vorbeugenden Maßnahmen möglichst danach zu trachten, ein Problem einer Demenz hint anzuhalten. Und wenn das zumindest uns überhaupt nicht betrifft, dann haben wir zumindest ein gutes Leben gehabt mit allen möglichen netten Aktivitäten. Und mit dem möchte ich auch schon zum Ende kommen. Das heißt, auch hier ist die Entwicklung in Richtung personalisierter Medizin von höchster Bedeutung, um diese Biomarker zu identifizieren und zwar nicht nur gruppenweise, sondern individuell für einzelne Menschen und das zu kombinieren eben auch mit entsprechenden bildgebenden Verfahren. Dazu braucht es natürlich viel Verständnis. Ich will jetzt nicht sagen, dass unser Gehirn und die Funktionen unseres Gehirns eine Blackbox sind, aber sagen wir mal grau ist es immer noch. Das heißt, wir haben sehr vieles, was wir Neues lernen müssen und gleichzeitig aber auch nicht nur unsere eigene Neugier, sondern auch die wissenschaftliche Neugier führt dazu, dass wir aus dem Fremden und Unbekannten letztlich unser Vertrautes und Wissen bilden. Und das gilt für Sie in Ihrem Alltag und für mich in meinem Alltag, aber auch in meinem beruflichen Alltag an einer Forschungsinstitution ganz von großer Bedeutung und von ganz großer Wichtigkeit. Und in dem Zusammenhang ist eine natürlich gemeinsame Aktivität, also man setzt sich nicht in stille Kämmerchen und überlegt sich einfach irgendwas, wie können wir jetzt da weiterkommen. Manchmal passiert es, dass man in der Badewanne tolle Ideen hat, aber grundsätzlich ist es heutzutage so, dass man natürlich sich gegenseitig stimuliert mit Ideen im Rahmen von Partnerschaften und da nicht nur Neurologen, sondern auch Psychologen, Bildgebende Forschung, Pathologen etc. alle zusammenarbeiten, um hier die entscheidenden Schritte voranzubringen. Das ist aber nicht nur in unserer abgeschlossenen wissenschaftlichen Welt möglich, sondern wir brauchen da viel mehr. Und wenn Sie jetzt dieses Bild anschauen und glauben, das sind unsere wissenschaftlichen Kooperationen, die wir haben, schön wäre es, aber leider nein, sondern das ist die Abbildung der Vernetzung des Römischen Reiches. Das heißt, die guten alten Römer haben schon gescheit gewusst, wo man sozusagen Hauptschaltzentralen haben muss und wie man ein so großes Netzwerk perfekt organisatorisch vereint. Auf das sind wir auch angewiesen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch abschließend auf unsere Ambition an der Medizinischen Universität in Wien hinweisen, dass wir sehr stark auch unserem Auftrag entsprechend an der Zukunft gestaltend mitwirken und mitwirken müssen und wollen. Und dazu brauchen wir aber nicht nur unser eigenes Hirnschmalz und unsere eigenen sozusagen guten Ideen und Zusammenarbeiten, sondern wir brauchen auch Unterstützung durch Menschen, durch Firmen, durch andere Geldgeber, durch Forschungsinstitutionen, das heißt, um da an einem Strick zu ziehen. Und mit diesem sozusagen auch Kampagne, um zu werben für die Unterstützung des sogenannten Zentrums für Präzisionsmedizin an der Medizinischen Universität in Wien mit der Aussicht, dass es eben alle möglichen ursprünglich schweren Erkrankungen gibt, die wir mit diesen Anforderungen oder auch Zusammenarbeiten versuchen wollen, möglichst hin anzuhalten, dass wir irgendwann einmal das nicht nur gut therapieren können, sondern vielleicht in einem Idealfall auch verhindern können. Mit dem danke ich Ihnen sehr für Ihr Dabeisein, für Ihre Ausdauer, für hoffentlich glühen jetzt Ihre Ohren und dementsprechend auch vielleicht der Juck, dass Sie schon in den Fingern eine oder andere Frage zu stellen, tun Sie das und wie schon eingangs gesagt, ich werde mich bemühen, diese Fragen auch möglichst alle und zeitnah zu beantworten. Vielen Dank.